Ja, als Angler bin ich eine Wohl, such mir meistens irgendwohles Bildung. Das Gerülle 30 Kilo wird von niemandem getrockn, denn als Angler bin ich doch ganz schön beherrscht und bekloppt. Neulich an der Elbe trafen uns zu zweit, ganzer Tag und eine Nacht dazu waren wir bereit. Beide Autos waren bis oben hingepackt und beim Schleppen haben wir uns fast in die Büchse gekackt. Ruppentasche, Angelkoffer, Sonnenschirm und Liegestuhl, Kiste, Bier und Fleisch und Würstchen, Koffergrill, das ist doch cool. Akkrikrat zum Gülen und die Akkus schwer wie Blei, sowas muss man haben, immer mit dabei. Ja, als Angler bin ich eine Wohl, such mir meistens irgendwohles Bildung. Das Gerülle 30 Kilo wird von niemandem getrockn, denn als Angler bin ich doch ganz schön beherrscht und bekloppt.